Meine speziellen Interessen sind die Fehleranalyse. Wo sind die Fehler zu finden? Wie baut man etwas auf, dass man wenig Material braucht? Ich mache eine Ausbildung als Industriemechaniker bei den Berliner Wasserbetrieben. Spannend an der Ausbildung finde ich, dass man verschiedene Möglichkeiten hat, das gleiche Werkstück herzustellen. Es gibt einmal ein abtragendes Verfahren, sowas wie die computergesteuerte Präse. Aber es gibt auch Verfahren, sowas wie der 3D-Drucker, wo alles Schicht für Schicht aufgetragen wird. Die Unterstützung der Ausbilderinnen und der Ausbilder ist hoch und komplex. Mein Lieblingsgebiet ist die Pneumatik. Das Grundprinzip der Pneumatik ist mit Hilfe der Drucklufteile von technischen Anlagen zu bewegen. Und es macht schon Spaß. Die Berliner Wasserbetriebe bieten mir eine sehr gute technische Ausstattung. Ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr wird bezahlt und die Ausbildungsvergütung ist sehr gut. Was mich am meisten freut, ist einfach zu wissen, dass ich jeden Tag etwas Neues lerne. Und die Kollegen sind super. H2DU ist neugierig. H2DU ist neugierig. H2DU. W5! Untertitelung des ZDF, 2020